Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und ich hab diesmal, ja, ein Zombie-Gameplay für euch, und zwar, ja, die fünfte Episode der Serie Zombie-Modos. Wir zocken diesmal wieder, Kinder der Toten, ähm, diesmal aber Solo, also, ist das jetzt was ganz anderes, ich hab jetzt, bin in Solo noch nicht so weit gekommen, das höchste war jetzt, äh, 22, und mein allerhöchstes 28, ja, ich weiß, ich bin nicht so gut, ich weiß zwar die ganzen Tipps, aber ich kann sie einfach nicht anwenden, also, ähm, ich hab halt auch nicht so viel Glück gehabt. Ja, äh, viele haben mich gefragt, wieso ich denn in der ersten Runde nicht mehr schieße, das habe ich ja früher immer gemacht, äh, ganz einfach aus dem Grund, weil ich mir die Munition sparen möchte, so, so spare ich mir die Munition, in der zweiten Runde ist die Munition viel, viel wichtiger, und, ja, genau, deswegen gleich mal in der ersten Runde, und das spart mir sehr, sehr viel Munition, und dann noch, äh, ein paar Leute haben mich dann gefragt, wieso, wieso ich dann ankert habe, äh, ob ich mich denn dadurch cool fühle, nein, ich finde das einfach nur, also die Synchronisation von den, von den, von der Sprache, von dem, ja, wenn, wenn Kopfschuss oder so etwas kommt, das finde ich einfach auf Deutschland noch total blöd, weil das ist ein amerikanisches Spiel, und ich möchte es auch irgendwie amerikanisch spielen, also, ja. So, ich zeige euch erst mal den ersten Kometen, den ihr aktivieren könnt, das ist der hier, auf dem PC könnt ihr diesen Kometen mit der Taste F aktivieren, und, ja, es gibt drei Kometen insgesamt, und danach läuft ein Lead, also ich kann euch das Lead dann auch zeigen, das ist, äh, das Lead 115 von Elena Siegmann, so, ach ja, ganz guter Tipp, wenn ihr alleine seid, kauft euch gleich am Anfang Quick Drive, weil das kann euch sehr oft den Arsch retten, und, oh oh, okay, 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 traut euch her, ich brauche Max-Ammo, ja, nice, wenn jetzt noch Max-Ammo rauskommt, dann bin ich glücklich, komm her, 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 nein, kein Max-Ammo, äh, ob das jetzt was wird, mal schauen, stirb, also ich spare mir jetzt lieber meine Muni für richtig wichtige Sachen, oh oh, ja, Double Points, das ist proper sozialist Reform, stirb, komm, Gulasch, ich finde die englische Synchro einfach nur geil, Nein, okay, ich gehe einfach weiter, so, vielleicht ist hier irgendwo die Kiste, das wäre, das wäre echt nice, wenn hier irgendwo die Kiste wäre, so, ich stelle glaube ich mal meinen Sound ein bisschen leiser, ach, der ist ja schon ziemlich leise, ach, keine Kiste, jetzt bin ich traurig, wo ist denn der letzte da, ist ja noch einer, ach, da sind noch zwei, noch einer, okay, jetzt habe ich es geschafft, ich will auf jeden Fall Runde, was will ich denn schaffen, Runde 20 will ich schaffen, hoffe mal, dass ich das schaffe, dann zeige ich euch noch den Rapetrain, das ist, ähm, das ist, ähm, eine der besten Taktiken hier im Zombie-Modus, also, echt eine Hammer-Taktik, so, ist die Kiste vielleicht im nächsten Raum, weil sonst würde ich gleich weitergehen, ne, schade, 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 also, Solo ist es ja am einfachsten, aber ich komme irgendwie, obwohl ich alleine spiele, also, ich, ich komme einfach nicht sehr weit, ich weiß auch nicht, yeah, mix ammo, mal schauen, was ich da rausholen kann, ja, Atommomben nie nehmen, wenn es, wenn noch Zombies übrig sind, weil so bekommt ihr mehr Punkte, ähm, in den späteren Runden könntest du es natürlich machen, wann ihr wollt, aber, von den Anfangsrunden würde ich euch nicht empfehlen, also, nur noch, wenn ganz wenig Zombies da sind, so, ich glaube, ich gehe jetzt da mal weiter, ne, noch eine Runde, dann kommt sowieso die Hunde jetzt, glaube ich, die Hunde, die Hunde, boah, wie das aussieht, ey, he, krass, traut euch her, traut euch her, traut euch her, traut euch her, ich habe niemanden getroffen, what the fuck, schon wieder ein Mix ammo, was habe ich denn für ein Glück, wie sie alle herkrabbeln, ha, 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 und, boom, oh, hab ich es geschafft, was er labert mein charakter jetzt geschafft nein da ist irgendwo noch einer wo bist du denn sie so kleine hat sie okay jetzt habe ich geschafft jetzt kommen glaube ich die hunde und 6000 runde 6000 runde nein 6000 punkte in der fünfte sondern schlecht wie habe ich das gemacht oder ist das normal ach keine ahnung nein jetzt kommt immer noch keine hunde da kriegt man ja die krise so langsam 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 wird es knapp ja ist ja ist ja ist ja ja Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018